Nummer 5. Dieser Scanner der renommierten Marke DigitNow ist ideal für Kleinbild-Dias und Kassetten. Mit einer Glasscheibe, dreifacher Vergrößerung und Beleuchtung für scharfe, hochpräzise Bilder. Bei 2x-2-Dias erleichtern LED-Lampen die Betrachtung. Er wird mit einem 6-Volt-Ladegerät mit 500 mAh geliefert, kann aber auch mit AA-Batterien betrieben werden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Dieser Dias-Scanner von DigitNow ist einfach zu bedienen. Legen Sie Dias und Negative einfach in den Papierhalter ein und schieben Sie sie durch den Schlitz auf der Rückseite. Schließen Sie ihn einfach mit dem USB-Kabel an Ihren PC an und betrachten Sie Ihre Fotos. Das Modell verfügt über eine Bearbeitungsfunktion, mit der Sie selbst größte Negative mit 35-Munterstützung bearbeiten können und auch Aufnahmen erhalten, die Sie anschließend in das EPEC-Format konvertieren können. Die Kamera verfügt über einen 2,4-Zoll-LCD-Bildschirm, ideal, um vor dem Scannen sicher Einstellungen vorzunehmen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieses Modell eines Dias-Scanners ermöglicht es, dank seines persönlichen Betrachters, die ganze Klarheit und Brillanz Ihrer alten Fotos mithilfe der mitgelieferten 35mm-Negativ-Dias wiederherzustellen. Mit dem DIA-Betrachter 2PR2 können Sie Filme und Fotos montieren, die Ihnen dank der dreifachen Vergrößerung des Vergrößerungsobjektivs in unendlicher Klarheit und ohne jegliche Verzerrung erscheinen werden. Dies wird durch die sorgfältig ausgewählten LED-Lampen noch mehr ermöglicht. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Das Scannen erfolgt automatisch, sobald Sie ein Dokument einlegen. Der Sensor verfügt über eine Kapazität von 14 Megapixeln und Softwareinterpolation für eine hohe Bildqualität. Die in Rekordzeit gescannten Bilder werden dann im Viewer wahlweise auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte gespeichert. Die Auswurf-Taste ist recht gut und reagiert sehr schnell, so dass Sie fast jedes Foto in Ihrer Sammlung problemlos scannen können. Eine Bearbeitungstechnologie ermöglicht es Ihnen, die am meisten verblassten Fotos neu zu verwenden. Als Zubehör wird das Modell mit einem TV-Anschlusskabel, einem USB-Ladekabel und einer Bedienungsanleitung geliefert. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. E-Foto bietet unglaublich schnelles Scannen von Fotos, Papieren oder Dokumenten bis zu einer Dicke von 0,76 Millimetern, einschließlich aller Formate. Er ist viel schneller als ein Flachbett-Scanner und benötigt höchstens ein bis zwei Sekunden, um ein in seinen Sensor eingelegtes Dokument zu scannen, im Gegensatz zu einem Flachbett-Scanner, der ein bis zwei Minuten benötigen kann. Die fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen ermöglichen es Ihnen auch, Bilder im PDF-Format zu bearbeiten und mit Freunden und Familie zu teilen. Schließlich ist es kompatibel mit PC, Mac, Windows. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. www.papier.com.au